Hallo, ich bin René Hoog. Ich gehöre zum TSV Weilimdorf-Futzern. Und zwar habe ich ein Anliegen an euch alle. Es geht um eine Spendenaktion für einen Freund von mir. Der ist letztes Jahr Vater geworden. Sein Sohn ist leider an einem Tumor erkrankt. Und die finanziellen Mittel sind da leider beschränkt. Und die Krankenkasse übernimmt nicht alles. Und so habe ich mich an den TSV Weilimdorf gewendet. Und wir sind auf die Idee gekommen, dass wir eine Spendenaktion durchführen. Und zwar, dass alle Spender eine Chance haben, vom TSV Weilimdorf signiertes Trikot zu bekommen. Die Spendenaktion geht bis zum 11.01. um 12 Uhr. Der Sieger wird abends um 18 Uhr bei einem Spiel in der Halbzeitpause gekürt. Und zum Link geht es gerade hier unten, dass ihr das alles dann nochmal durchlesen könnt. Und ich hoffe, es tut sich jeder beteiligen. 5 Euro tut keinem weh. Ihnen tut es gut. Danke. Vielen Dank.